Hallo mein Freund, kurz heute früh und boah, wie kommst du denn wieder mal in der Frau Insel? Mimo packt aus, warum er blieb mit Montana bleckern, Mann. Weil er einfach irgendwie das mit Malta irgendwie, verdammt nochmal, irgendwie keine Lust mehr hatte, verdammt nochmal. Aber Mimo, du musst doch verstehen, Monta hat da seine Freundin kennengelernt, er wollte mehr Zeit mit ihr verbringen. Und wegen seiner Freundin will er nicht nach Malta Casino streben. Wenn du das so gerne machst, machst du das doch alleine, verdammt nochmal. Du bist doch ein erwachsener Mann, ihr allein nach Malta und spielt da Casino. Oder geht das nicht wegen Monta, weil er die bessere Connection hat und mehr Reichweite hat und bessere Deals dann kriegt. Sei einfach dankbar, du hast Deals bekommen und du hast Reichweite von ihm bekommen. Einfach dankbar sein und irgendwie hier nicht unnötig Stress zu provozieren, Mann. Monta ist auch ein Mann, der will auch sein Leben leben mit seiner Freundin und so. Also einfach ruhig bleiben, ein bisschen gechillt und hier kein Fitner machen, meine Freunde. Okay, meine Freunde, das war's wieder von nur einem Burs. Abonnieren und liken, nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.